Was ist denn das? Mit einem Wheelie lässt sich Kostler entbiedendes Eile erkunden. Strandbekleidung, okay. Also muss mich erst umziehen gehen, oder was? Wie kann ich mich denn jetzt umziehen? Die kaufe ich auf jeden Fall mal. Aber hier kann ich mich jetzt umziehen. Okay. 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 Ah, ich glaube besser, oder? Ich habe so vorbereitet, wie ich sehe. Willst du runter? Ich will das haben! Nichts da! Was sind das für Typen? Da vergeht einem ja die Bade-Laune. Ja, Barret hat aber auch krasse Strandbekleidung. Vielleicht tun sie ja keine mir was zuleide, aber die Leute behandeln sie wie den letzten Dreck. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie eklig! Hannah, verzieh dich! Ey, verzieht euch selber! Ah! 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 Ah!